Hey Leute, ich hoffe ihr habt das Mofa Challenge Outtake Video euch angeschaut, das ich vor ein paar Stunden veröffentlicht habe, denn das wird das letzte Video sein, das ich auf JVCastv hochlage. Ich hatte diesen Kanal jetzt schon seit über zweieinhalb Jahren, habe relativ konstant mit ein paar Pausen Videos rausgehauen und mittlerweile fehlt mir einfach so ein bisschen die Motivation dahinter JVCastv weiterzumachen. Das Interesse scheint nicht mehr so da zu sein wie vorher, ich kriege kaum Zuschauer auf die Videos und ja ich weiß nicht, die ganze Idee mit JVCastv ist irgendwie nicht mehr so toll wie sie mal war. Also möchte ich hiermit ankündigen, dass es keine Videos mehr unter JVCastv geben wird. Denn dieser Kanal bekommt einen Rebrand, wow, ihr habt doch nicht gedacht, ich würde aufhören Videos zu machen, na 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 na, dafür macht mir das ja viel zu viel Spaß, nein. Dieser Kanal wird nur ein komplettes Rebrand haben, neuer Look, neuer Name, der neue Name ist KartopiaTV. Ja ich weiß, wunderschöner Name und auch viel einfacher zu sagen für Leute, die fragen, hey wie heißt denn dein YouTube Kanal? Und mit dem neuen Namen kommen auch neue Farben, ihr seht dieses T-Shirt hier ist extrem passend, denn es wird ein sehr farbenfroher Kanal. Unter anderem zu sehen auch in den Thumbnails, denn die Thumbnails bekommen jetzt immer einen Rahmen außenrum, der sozusagen zeigt, was für eine Art von Video es sein wird. Vielleicht hilft es, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall soll das Ganze einfach dafür sorgen, dass dieser Kanal ein bisschen fröhlicher wird, dass ich auch wieder mehr Motivation dahinter habe und ich hoffe, dass das dann bei euch auch so rüberkommt. Content mäßig wird sich nichts verändern, es werden immer noch genau dieselben Serien sein, wie ich erst vor kurzem angefangen habe, nur halt jetzt unter KartopiaTV. Ich denke, es gibt eigentlich nicht sehr viel mehr zu sagen, es wird später heute um 14 Uhr, wird es das erste Video unter KartopiaTV geben und das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, denn ich hab mal wieder gesungen. Ich hab mal wieder eine Parodie von einem existierenden Song gemacht, welcher das ist, das werdet ihr selber herausfinden müssen, wenn das Video und das ganze Rebrand dann in zwei Stunden hochgeladen und gemacht wird. Folgt mir auch auf Instagram, der jetzt natürlich auch umbenannt wurde, in KartopiaTV und ich hoffe, ich sehe euch für viele Jahre noch in den kommenden Videos. Ach ja, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich möchte mich eher darauf konzentrieren, dass die Videos, die ich mache, eine hohe Qualität haben und auch wirklich sehenswert sind. Deswegen kann es wirklich sein, dass immer wieder mal kein Upload ist, denn ich möchte mich eher auf Qualität und nicht auf Quantität fokussieren. Ich hoffe, die Entscheidung ist akzeptabel für euch. Ich habe ja zwischendrin auch andere Sachen wie das Studium, was mich davon abhalten könnte, wöchentliche Uploads zu bringen, aber Hauptsache die Videos sind gut. Das Intro wird zwar ein anderes sein, aber das Outro bleibt dasselbe, also driftet eure Hand über den Daumen und den Knopf, macht einen Burnout für den Like-Button, fahrt bei meinem Instagram vorbei und ich sehe euch in zwei Stunden oder so für das nächste Video. Ciao! Ciao!